Nachdem ich vor kurzem bereits ein Video dazu gemacht habe, ob sich der Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll lohnt, werde ich heute mal einen genaueren Blick auf einen der Konkurrenten werfen, Wakkanen. Hi und herzlich willkommen bei AnyLab. Heutzutage zu erfahren, welche Streaming-Dienste sich am meisten für einen lohnen, ist wirklich gar nicht so leicht. Damit du erfährst, ob Wakkanen zum Anime-Schauen für dich eine gute Option ist, werde ich dir in diesem Video die Vor- und Nachteile der Plattform erklären. Fangen wir also direkt an. Werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die Abo-Modelle des Anbieters. Wie auch andere Anbieter verfügt Wakkanen über ein kostenloses Abo. Hierbei kann man insgesamt jedoch nur etwas über 700 Folgen verschiedener Animes mit Werbeunterbrechung und nicht in HD-Qualität gucken. Für monatliche 5 Euro bzw. 3 monatliche 14 oder jährliche 50 Euro kann man sich das Wakkanen VIP-Abo kaufen. Hiermit hat man dann Zugriff auf die gesamte Wakkanen-Bibliothek und kann diese in Full HD ohne Werbung genießen. Das macht Wakkanen einerseits günstiger als Crunchyroll, das im Monat 7 Euro kostet, und auch als die meisten anderen Streaming-Dienste wie Netflix. Schaut man sich das Anime-Angebot von Wakkanen an, sieht dieses auch recht ordentlich aus. So umfasst es beispielsweise Titel wie Attack on Titan, Yuu Tsukaisen, Mushoku Tensei oder Haikyuu. Und auch viele andere beliebte Titel wie Kaguya Summer Love is War, Assassination Classroom oder The Promised Neverland sind Bestandteile des Anime-Angebots. Viele der Animes werden hierbei nur ein japanischer Synchro angeboten. Einige verfügen jedoch auch über einen deutschen Dub. Bei einem genaueren Blick auf das Anime-Angebot wird jedoch auch einer der größten Probleme von Wakkanen deutlich. Seit Anfang 2022 gehört Wakkanen zur Sony Group, zu welcher auch Crunchyroll gehört. Seitdem ist der allergrößte Teil des Wakkanen-Katalogs auch auf den Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll anschaubar, wodurch nur noch wenige gute Titel sowie beispielsweise Steinskate ausschließlich auf Wakkanen anzusehen sind. Zusätzlich wird ein Teil des Katalogs auch durch die Streaming-Anbieter Netflix und Prime Video abgedeckt. Ob es sich nun lohnt, ein Wakkanen-Abo abzuschließen, hängt sehr stark von der Person ab. Insgesamt ist Crunchyroll, was das Anime-Angebot angeht, in meinen Augen deutlich stärker aufgestellt und kostet auch nicht allzu viel mehr. Wenn du aber viele der Animes auf Wakkanen noch nicht gesehen haben solltest und dich einige davon wie beispielsweise Attack und Titan interessieren, ist Wakkanen denke ich durchaus ein Abo wert. Wie gesagt hat Crunchyroll die meisten dieser Titel zwar wahrscheinlich auch im Katalog, aber Wakkanen ist eben günstiger und somit kannst du hierbei ein bisschen Geld sparen. Danach kannst du dein Abo ja immer noch kündigen und auf Crunchyroll umsteigen. Wenn du die wichtigsten Titel auf Wakkanen jedoch bereits gesehen hast, ist der Anbieter das Geld vermutlich jedoch nicht wert. Anders als Crunchyroll gibt es auf Wakkanen nur noch wenige neue Animes, wodurch die spannendsten Animes schnell durchgeguckt sind. Abschließend will ich noch hervorheben, dass es auf Wakkanen ein kostenloses 14-tägiges Probe-Abo gibt, das gut geeignet ist, um den Anbieter zu testen. Das sollte dir dabei helfen, dich für oder gegen ein Abo zu entscheiden, falls du noch unschlüssig bist. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Falls du jetzt noch etwas mehr über Crunchyroll erfahren möchtest, kannst du dir sehr gerne noch das Video angucken, das ich zu der Streaming-Plattform gemacht habe. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Like da lassen würdest, den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keinen Anime-Content mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!